Oder der war Peti, die war Peti. Ich weiß gar nicht, wie das grammatikalisch korrekt ist. Ah, vielleicht kann ich hier ja irgendwie hoch, um dann da hinten hinzukommen. Zu der anderen Feder. Das schaue ich gleich mal auf der Karte nach. Auf der Insel, okay. Warum nicht? Ah, schön hier ein bisschen Morgensport. Wann ist da drüben gerade Menschen? Och komm, da wird es doch wohl einen Weg hoch geben. Ja, geht doch, geht doch. Jawohl, ja, die vorletzte Feder. Damit fehlt mir nur noch eine. Oh ja. Ja, oh yeah. Auch nicht schlecht. Ich finde so kleinere Bugs immer wieder witzig. Cool. Eine Runde tauchen. Drecksluchs, ey. Ich bin schon gerade am überlegen. Theoretisch könnte ich den ja auch ganz einfach mit meinem Wurfpfeil hier erledigen, ne? Jawohl, geht hier hoch, sehr gut. So. Noch ein bisschen hoch. Tja. Mir entkommst du nicht. Boah, voll ninja mäßig hier aus dem Busch heraus. Hö, ich dachte ich hätte, da ist es doch. Ist das jetzt auch beschädigt? Weil ich hab's ja eigentlich so... Ja, gut, da ist es. Na los, komm her. Und tschüss. Sehr gut. Sehr gut. So. Wollen wir mal sehen, wo war denn das hier noch gleich? Diesmal stelle ich mich auch klüger dabei an. Okay, jetzt läuft das Vieh vor mir weg. Hier war... Da, genau, da war der Hinweis. So, Hinweis analysieren. Nein! Oh, klasse! Hä? A verflucht! Okay, da oben. Oh, weißt du, ganz ehrlich, wegen so'n Bullshit. Jetzt hier, ne? F*** du Drecksviech. So. Meine Fräse nochmal hier. Immer dieser Stress hier. So, die letzte Feder, die macht mir echt hier zu schaffen ein bisschen. Kriege ich sowohl nicht Na gut, dann schauen wir mal Och, komm schon So geht's wesentlich schneller Und so Ach verdammt, so komme ich da gar nicht Ich muss ja irgendwie So eine blöde Kuh Och komm schon, nein Aber wenigstens läuft's vor mir weg So, mal schauen, wie komme ich da Och komm schon, knutsch mir doch die Eier Du Pissnelke Na los, komm her Und tschüss Drecksbiest ey Scheiß Viech So Och Mann, wie komme ich denn da hoch Das ist doch beschissen Och, jetzt muss ich ja wieder ganz runter Damit ich da wieder hoch kann Auf der anderen Seite Och Hier, was haben wir denn hier Achso, das ist immer noch die Höhle, ne Gibt es da denn nicht irgendwie hier eine Möglichkeit Äh, scheiße Ja, das kann jetzt einen kleinen Augenblick dauern Wenn's, äh Zu lange Wenn sich hier zu lange nichts tut bei mir Dann unterbreche ich kurz Und versuche einen Weg zu finden Und mach dann weiter Aber jetzt darf ich hier wieder runter Leckt mich doch am Arsch Verflucht Ach, scheiße Gut, da kann ich also nicht hoch Füchse brauche ich noch, glaube ich Jawohl Ne? Jawohl Fuchspelz Südbostengegenstände Das war's So, mal schauen Uh, okay Das könnte natürlich hier der richtige Weg sein Ja, das sieht gut aus Das sieht verflucht gut aus Das sieht geil aus Okay Neue Spezialmontur Oh, ist direkt verfügbar Na, ich würd mal sagen, ne Wir haben jetzt hier alles Die Jagdmissionen darauf Gebe ich einfach mal einen großen Haufen Ich würd sagen, zurück zur Siedlung Erledigen wir nochmal was in der Siedlung Und ziehen uns mal die neue Spezialmontur an Ich freu mich schon drauf Ich freu mich schon drauf So, Davenport Oder Davenport Davenport Wie auch immer Siedlung Ja, ja, mach hin Ich will die Montur endlich anziehen Oh ja Oh ja So, erstmal hier ein Köpper Und es gibt wieder ohne Ende Siedlungsmissionen Hinkebein muss ich gleich auch noch hin Fangen wir Machen wir erstmal die Siedlungsmissionen Können wir vielleicht noch einen kleiner Umblick Also einen kleiner Umblick können wir noch warten Ich muss hier eh nur kurz Sachen abliefern Ne Ne Oh Wir haben ihm ja auch das letzte Mal Ordentlich aufs Maul gegeben Ne Okay Okay Jawohl, ja was haben wir denn da jetzt Hochwertigere Waren Kann sie jetzt herstellen Das gucke ich mir auch nochmal an Auf jeden Fall Neuer Plan erhalten Wie kann ich denn überhaupt jetzt hier Was herstellen lassen Hm Okay Ich hab keine Ahnung Ich würd sagen Wir liefern hier noch die Teile für den Hammer ab Jupp Ich habe das Werkzeug, das du brauchst Ah, goldrächtig Ich gehe gleich ans Werk Norris lungert ständig hier rum und fragt nach... Oh, so ein notgeiler Bock, ey Ah, dann metzeln wir sie halt ab Big Dave kann nun hochwertigere Waren und Materialien herstellen Sehr gut, sehr gut, sehr gut So Das wär's dann auch so weit gewesen Dann würd ich sagen Herrenhaus Herrenhaus Oh, warte Das geht ja auch einfacher Na also Wegen Waldschnellreise Auf, auf So, ich bin mir sicher Da oben die Siedlungsmission ist noch von Big Dave Eine Mission Wahrscheinlich kommen dann da die Rotröcke an So Ab nach unten und Spezialmontur an, würde ich sagen Ups Ja, runter mit hier Oh, Aufregung, Aufregung Ah, hier die Monturen Erstmal kurz gucken Ezio-Montur Okay, die Montur habe ich Gefangener-Montur Ich dachte, ich habe mir noch ein paar gekauft Ha Reden Das ist wahrscheinlich Okay Okay Aha Eines Tages wird sie mehr gehören Ach, am Arsch Du musst sie stets In Erden Sie erinnert uns daran Wie lange unsere Bruderschaft schon hier ist Wie lange wir die Bewohner dieses Landes schon schützen Aber Ich schweife wieder ein Ja Ich weiß Dass du sie zu mir weißt Ja, ja Haben wir die jetzt an? Nee, haben wir noch nicht an Ich dachte Ich dachte, ich habe mir doch ganz viele Monturen gekauft Wo sind die denn hin? Ich dachte, die kommen hier auch alle mit hin Okay Irgendwie habe ich mir da ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen Was kann ich hier denn noch machen? Noch irgendwas? Ah, ich kann mal gucken Wie das mit der Herstellung ist Herstellung Verbrauchsgegenstände Erfindung Drache und Schlüssel Elektrostatischer Generator Franklin Ofen Glasharmonika Soda Apparat Leidener Flasche Okay Array Arary Was machen wir mal? Das ist Spiegelarm Doppelter Holster Was brauche ich da für Holz? Okay, Moment Kann ich ja Hier lager Kann ich ja mal alles hier kurz Da kommen Rinder auch Eschenholz Ich weiß ja nicht, welches Holz ich dafür brauche Fichtenholz Vielleicht kann ich dann Ah, und dann kann ich auch gleich hier noch eine andere Sache herstellen Mit dem Gestrüpp hier Kleinholz, genau Alter, wie viel Holz denn Gibt es denn hier bitte? Agrarprodukte Johanniskraut Pelze Ist denn hier Was war's Does war's inen